jo leute herzlich willkommen zu iamfish heute spielen wir mal was ganz anderes denn ich habe einfach mal bock abwechselnd auf meinen kanal zu bringen und ich habe das spiel mal bei anderen youtuber gesehen aber ich habe selber noch nie gespielt und ich wollte dachte mir ich dachte mir das muss ich einfach aufnehmen und let's go ich habe selber von den gameplays nur ein paar minuten geguckt denn ich wollte mich da nicht zu viel spoilern lassen okay cool ihr seht die steuerung okay so kann ich schwimmen ein musste okay jetzt schwimmt da okay okay alter was das für eine steuerung also die steuerung ist mega crazy ich weiß nur was wir hier lang müssen und ich habe selber nur geguckt bis zu diesen ersten checkpoint da hinten fisch digga was macht er nein nichts hier runterschmeißen komm schon nemo checkpoint 1 nein 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 er lebt noch komm schon das schaffst du nimmst du darfst nicht als Fischstäbchen enden okay neuer versuch und diesmal bitte nicht man sterben die steuerung ist wirklich digger was ist das hier seht und selber was ich da mache nein Warum stirbst du die ganze Zeit? Hör doch auf. Hör auf. Aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir sind ein besonderer Fisch. Wir haben unendlich Leben. Oh nein. Oh nein. Er rollt. Er rollt in dem Ding. Okay. Was passiert jetzt? Oh. Bitte weich landen. Bitte weich landen. Oh. Okay. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Was ein Zufall, dass da auch genau so eine Matratze liegt. Digga, du. Also man kommt auch immer besser voran, wenn man das so nach unten hält. Den Stick. Digga. Fisch. Jetzt bewegt dich. Also die Steuerung ist wirklich... Guck jetzt mal. Ich gehe jetzt nach oben. Ich muss, glaube ich, so... Nein. Nein, nein, nein. Ganz falsche Richtung. Da lang. Junge, du blöder Fisch. Ich gehe jetzt... Nemo, bitte. Komm schon. Ja, langsam. Das Problem ist, wenn man sich zu schnell bewegt, dann dreht er sich. Also ich denke jetzt mal, dass wir da raus müssen. Wir machen das jetzt einfach ganz langsam. Dann kriegen wir das hin. Warte. Okay, Moment. Runtergucken. Und voran. Komm, komm, komm. Let's go, let's go, let's go, let's go. Komm. Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Nemo, komm. Ich glaube an dich, Nemo. Nicht runterfallen. Warte, wo müssen wir hin, Nemo? Hier, Checkpoint. Gönn dir. Wo müssen wir hin? Nemo. Warte doch. Da müssen wir, glaube ich, nicht... Okay, da müssen wir doch hin. Nein. Lul. Oh mein Gott, wir haben's... Wir haben zwar voll den Umweg... Oh nein, 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 nein. Okay, next try. Wie machen wir das? Was ist das? Da hinten bewegt sich was. Ich glaube, da gehen wir jetzt hin. Ah ne, wie kommt man da hin? Moment, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Nach unten gucken und... Flosse, Flosse, Flosse. So, jetzt, 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 jetzt vorsichtig. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Genau, Nemo. Nemo, komm, let's go. Nemo, komm, du schaffst das. Nemo, Nemo. Komm schon, jetzt aber. Komm schon, Nemo, du kannst das. Ich weiß, du kannst das schaffen. Jetzt ganz vorsichtig. Jetzt wieder zurück, jetzt wieder zurück. Komm, Nemo, Nemo, Nemo. Komm, 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 komm. Komm, bitte, bitte. Wir sind, wir sind ein bisschen broke, aber... Ich glaube, das, ich glaube, das ist weiterhin nicht schlimm. Ich glaube, man kann das schaffen. Komm schon. Und bitte. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob wir mehr von solchen crazy Spielen sehen. Nein. Nein. Ach, du bist dumm. Guck nicht so. Oh, da kann man auch lang. Da lang, komm, komm, Nemo, Nemo, komm, du schaffst was. Oh, ja, ja, komm, 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 komm. Wir haben es geschafft, wir haben es... Nein, 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 nein. Okay, wo müssen wir hin, wo müssen wir hin, wo müssen wir hin? Bisschen wir da lang? Oder müssen wir... Und wenn jetzt irgendeiner meint, in die Kommentare zu schreiben, oh, ist ja locker, easy, mach. Spiel das mal. Digga. Die drehen uns, Nemo. Gucken nach da. Und dann schwimmen wir geradeaus. So, jetzt müssen wir auf dieselbe Wäscheleine... Wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann flippe ich aus. Bitte, bitte, Nemo, komm. Ja. Ja. Boah, ich glaube, er hat gerade richtig Spaß. Und jetzt hier runter, genau, genau, genau. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Please, Nemo. Oh mein Gott. Was, 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 was? Bitte, bitte, bitte. Nein, nein. Och mein Gott, Mann. Du scheiß Drecksfisch. Weißt du, wieso ich dich hasse? Versuchen wir das nochmal hier. Wenn du das jetzt nicht machst, Nemo, dann bringe ich dich gleich wieder zurück in diesen Shop da. Und dann kannst du da von mir aus... Dann kannst du da von mir aus verrecken. Das ist mir dann egal. Komm. Schwimm. Ja. Schwimm. Ja. Geht doch. Oh mein Gott. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall weiter. Komm schon, Nemo. Schwimm. Nein, 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 nein. Komm. Schwimm jetzt vernünftig. Das mache ich aus dem Backfisch. Digga. Ich schwöre dir, Nemo, nach dem Video... ...bist du Backfisch. Ich esse dich einfach. Habt ihr Fische? Habt ihr Fische zu Hause? Schreibt das mal in die Kommentare. Wenn ja, welche? Also ich habe nur Garnelen. Und ist es nicht eigentlich schlecht für einen Fisch, die in so ein... ...die in so ein runden Glas zu tun? Ist das nicht irgendwie so, dass dann diese Schallwellen die ganze Zeit abprallen und die Fische eigentlich bekloppt werden? Ich meine, guck mal, der hat ja nicht mal da irgendwie... ...weiß ich nicht, Sand drinnen auf dem Boden. So ein kleines Schloss oder sowas. Oder irgendein kleines Häuschen, wo er reinschwimmen kann oder so. Der hat ja nichts. Ist ja voll... Ui. Alter, what the fuck. Ich glaube, er hat gerade richtig Bock. Irgendwas, wo er, keine Ahnung, sich beschäftigen kann. Guck mal, er kann ja gar nichts machen. Er ist ja eigentlich nur in diesem Glas und... ...ja, wartet darauf, dass er irgendwann verreckt. Oder er auf die glorreiche Idee kommt. Digga. Geht doch. Okay, und jetzt hier runter, oder was? Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Das ist keine gute Idee. Nemo, 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 nemo. Please. Oh, shit. Nein, 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 nein. Schaffen wir das? Alter. Nein, alter. Seht ihr nicht, dass da ein Fisch ist? Sieht man das nicht? Wie unachtsam die Menschen heutzutage sind. Okay, Nemo. Denk darüber nach. Man sieht dich nicht. Ich glaube, das juckt ihn nicht. Denn er ist unsterblich. Er altert, aber wenn er stirbt... Ne, Traitor, das macht keinen Sinn. Jetzt komm. 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 Perfekt. Komm schon. Komm, roll. Roll, 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 roll. Nemo, komm schon, du schaffst das. Shit. Komm schon, Nemo. Bitte. Sterb jetzt nicht. Komm, komm. Nicht auf die Straße. Komm. Wim jetzt auf diesen scheiß Bordstein. So. Sollten wir schaffen. Warum schwebt die Laterne? Egal. Nein, nicht auf die Straße rollen. Nicht auf die... Nicht auf die... Bruder. Was geht ab? Nicht auf die scheiß Straße. Digga. Komm schon. Dann roll halt in das Auto. Komm. Wir müssen doch nur da lang, Nemo. Das schaffen wir. Oh, jetzt schwebt er. Warum hast du mir nicht ärgered, dass du fliegen kannst? Wo müssen wir hin, Nemo? Kannst du mir das erklären? Müssen wir da einfach hin? Einfach jetzt ins Meer rein? Jetzt bitte nicht verkacken. Nein. Komm schon, Nemo. Du bist frei. Let's go. F? Oh mein Gott. Endlich haben wir es geschafft. Nemo ist frei. Aber warte mal. Wie kommt er jetzt aus der Kugel raus? Egal. Das wird er schon alleine schaffen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch nicht mal eine positive Bewertung da unten in einen Kommentar. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, denn es gibt ja auch noch ein paar andere Level, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.